Heute beschäftigen wir uns mit den Grundlagen des Jugendschutzes in Computerspielen in Deutschland. Und um uns diesem Thema zu nähern, müssen wir uns erstmal ein paar zentrale Begriffe anschauen, da die Gesetze, je nachdem welches Spiel es ist, in Deutschland ein bisschen unterschiedlich sind. Und zwar kommt es nicht darauf an, welches Spiel es ist, sondern wie das Spiel vertrieben wird. Und dazu gibt es eigentlich zwei zentrale Vertriebswege. Das eine ist über Trägermedien. Trägermedien sind Medien mit Texten, Bildern oder Tönen auf gegenständlichen Trägern. Das heißt, was man so anfassen kann. Typischerweise DVD, CD, irgendetwas in die Art. Und das andere sind dann Telemedien. Der Begriff Telemedien ist im Telemediengesetz definiert und umfasst alle elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste, außer sowas wie Hörfunk und Fernsehen. Das heißt, Internetzeiten, Online-Games, alles, was irgendwie digital vertrieben wird, wird hier als Telemedium bezeichnet. Geregelt ist der Jugendschutz in Deutschland dann, wenn es um Computerspiele geht, zum einen im Jugendschutzgesetz, aber auch im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag und im Strafgesetzbuch. Das heißt, viele rechtliche Grundlagen des Jugendmedienschutzes finden wir eben im Jugendschutzgesetz. Hier ist der Jugendschutz rund um Trägermedien geregelt. Im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder ist der Jugendschutz im Rundfunk und in den Telemedien geregelt. Wenn wir jetzt tatsächlich sowas haben wie Verbreitungsgebote im Rahmen des Jugendmedienschutzes, dann kommen wir zum Strafgesetzbuch. Das sind eben so die zentralen Sachen, die hier eine Rolle spielen. Was ganz zentral für den Jugendschutz in Deutschland ist, sind eben Altersfreigaben von Computerspielen. Bei den meisten Konsolen, Jugendschutzprogrammen etc. kann man dann eben auch diese Altersfreigaben einstellen, damit dann Kinder und Jugendliche eben auch nur auf diese Inhalte Zugriff haben. Eine Altersfreigabe heißt nicht, dass das Spiel total toll ist für Kinder von sechs Jahren, wenn sie zum Beispiel ab Sex freigegeben sind. Das heißt auch nicht, dass das Spiel spielbar ist für Kinder, die sechs Jahre alt sind. Es geht rein darum, dass es eben nicht gefährdend auf diese Altersgruppe wirkt. Für die Altersfreigabe von Trägermedien ist bei uns die USK zuständig. Die USK ist die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Und die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle wird in Deutschland getragen vom Verband der deutschen Gamesbranche. Das Ergebnis zu einer Prüfung ist dann eben eine Altersfreigabe. Und diese Altersfreigabe stellt rechtlich gesehen einen hoheitlichen Verwaltungsakt gemäß § 14 Jugendschutzgesetz dar. Dort sind auch die Altersstufen verankert. Wir haben hier eben 0, 6, 12, 16, dann keine Jugendfreigabe, die 18. Oder eben etwas ist keine Kennzeichnung, eventuell jugendgefährdend. Das könnte dann etwas sein, was weitergeht an die BPJM, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Da kommen wir aber nachher noch dazu. Wenn jetzt ein Titel eine Altersfreigabe hat ab 6, dann passiert folgendes. Es gibt ein Prüfgremium, das sich diesen Titel anschaut. Das besteht aus 5 Leuten. 4 sind ehrenamtliche Jugendschutzsachverständige und eine ständige Vertreterin oder ein ständiger Vertreter der obersten Landesjugendbehörde. Die schauen sich das Spiel an, kriegen es vorgeführt. Jugendschutzrelevante Szenen werden ihnen gezeigt. Sie haben die Möglichkeit, das Spiel auch zu spielen. Und dann gibt es einen einfachen Mehrheitsbeschluss. Und auf dessen Grundlage erteilt dann der oder die Vertreterin der obersten Landesjugendbehörde die Altersfreigabe. Wir haben hier immer wieder Änderungen der Spruchpraxis auch. Zum Beispiel gab es 2018 eine relativ einschneidende Veränderung. Bis dato war es so, dass jedes Spiel, was verfassungsfeindliche Symbole enthält, automatisch keine Kennzeichnung gekriegt hat. Jetzt gibt es eine sogenannte Sozialadäquat-Klausel, laut § 86a Absatz 3 des Strafgesetzbuches. Und hier können dann eben tatsächlich auch Symbole verfassungsfeindlicher Organisationen in einem Titel verwendet werden, sofern dies der Kunst, der Wissenschaft, der Darstellung von Vorgehen, des Gängen des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient. Die USK verteilt dann eben diese Altersfreigaben. Und wenn man sich die Statistik anguckt, welche Altersfreigaben vergeben werden, dann sieht man schon, dass nur ein ganz, ganz geringer Teil der Spiele tatsächlich eine 18er Freigabe, also keine Jugendfreigabe oder auch keine Kennzeichnung bekommt. Und ein Großteil der Spiele fällt eher so in den bis zur 12er Bereich. Geurteilt wird anhand von 15 Aspekten der Wirkmacht. Das sind visuelle und akustische Umsetzung der Spielidee, das Gameplay, die Atmosphäre im Spiel, der Realismus, Glaubwürdigkeit, die Menschenähnlichkeit der Figuren, Jugendaffinität und Identifikationspotenzial, der Handlungsdruck, den ein Spiel erzeugt, Gewalt, Krieg, Angst und Bedrohung, Sexualität, Diskriminierung, die Art der Sprache und eben Drogen. Daraus wird dann abgeleitet drei Wirkungs- bzw. Risikodimensionen. Ist es zum Beispiel ein Spiel, das gewaltfördernde oder gewaltbefürwordende Einstellungen enthält, das übermäßig ängstigt oder zu einer sozialethischen Desorientierung führt, das wird dann eben entsprechend berücksichtigt. Die Rechtsfolge einer solchen Alterskennzeichnung heißt, dass das Spiel nicht an Personen verkauft werden darf, die jünger sind im Einzelhandel, drohen da auch ganz schön krasse Strafen. Zu Hause haben die Eltern allerdings das Erziehungsprivileg, das heißt, sie dürfen das Spiel auch Kindern zugänglich machen, allerdings nur ihren eigenen, die jünger sind als die Alterskennzeichnung. Das alles gilt jetzt für Trägermedien. Jetzt haben wir aber natürlich immer mehr Spiele, die nicht über Trägermedien vertrieben werden, sondern wir haben Apps-Spiele, wir haben Spiele, die wir uns bei Steam runterladen und da gilt dann eben, wie gesagt, nicht das Jugendschutzgesetz, sondern der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Als Aufsichtsstelle für diese Telemedien fungiert die KJM, das ist die Kommission für Jugendmedienschutz. Und die ist ein Organ der Landesmedienanstalten und dafür dann eben zuständig. Seit April 2003 ist außerdem Jugendschutz.net das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet und unterstützt die KJM zum Beispiel bei der Aufsicht von Online-Spielen und anderen Angeboten im Netz. Im Bereich der Telemedien ist außerdem die FSM als anerkannte Selbstkontrolleinrichtung tätig. Das ist ein von der Online-Wirtschaft gegründeter Verein mit Selbstverpflichtungen und der stellt dann zum Beispiel Betreibern von Internetseiten ein Altersklassifikationssystem zur Verfügung. Und hier geht es aber hauptsächlich um Internetseiten. Um eben Eltern trotz fehlender Kennzeichnungen eine Orientierung bei Online-Games und Apps zu bieten, erteilt jetzt eben die USK im Rahmen des Selbstklassifikationssystems der 2013 gegründeten IARC, das ist die International Age Rating Coalition, auch für Telemedien Alterskennzeichen. Davor ging das nicht. Grundlage dafür ist dann allerdings kein Gremienentscheid, sondern die Auswertung eines Fragekatalogs, der von den Anbietern selbst ausgefüllt wird. Und diese Symbole ähneln teilweise den USK-Kennzeichen, haben aber eben keine unmittelbare Privilegierungswirkung gemäß §14 Jugendschutzgesetz. Jetzt hatte ich ja schon erwähnt, dass sich im Laufe der Zeit Spruchpraxis und dann eben auch das Anschauen von Spielen verändert hat. Zwei Sachen, die ich da ganz zentral finde, um sich das einfach mal bewusst zu machen, wie krass sich das verändert hat, ist das Beispiel des ersten indizierten Spieles. 1984 River Raid wurde hier indiziert. Man fliegt mit einem pixeligen Ding über einen pixeligen Fluss und schießt dann eben diese pixeligen Hubschrauber und Schiffe ab. In der Indizierungserklärung damals hieß es, Jugendliche sollen sich in die Rolle eines kompromisslosen Kämpfers und Vernichters hineindenken. Hier findet im Kindesalter eine paramilitärische Ausbildung statt. Bei älteren Jugendlichen führt das Bespielen zu physischer Verkrampfung, Ärger, Aggressivität, Fahrigkeit im Denken und Kopfschmerzen. Das heißt, das war ein Spiel, was damals als wahnsinnig gefährlich empfunden würde. Mittlerweile ist es übrigens in einer Retro Edition ab 0 freigegeben. Ein weiterer Meilenstein war 2015 Mortal Kombat 10. Hier haben eigentlich alle damit gerechnet, dass es indiziert wird, weil es eben Szenen gibt, wenn man den Gegner trifft mit so einem Special Move, wo man dann die Wirbelsäule zieht und sich das dann so auseinander zieht und das Messer rein sticht. Und es wurde nicht indiziert, sondern es hat eine 18er Freigabe gekriegt. Ich frage mich immer, was die Prüfer von 1984 gesagt hätten, wenn sie dieses Spiel gesehen hätten. Die wären wahrscheinlich direkt vom Stuhl gefallen. Natürlich gibt es trotzdem Spiele, die indiziert werden. Indizieren tut in Deutschland die BPJM, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und was sie macht, sieht man auf ihrer Webseite ziemlich gut. Da haben sie dieses wunderschöne Float-Chart. Man sieht also, es gibt einen Antrag oder eine Anregung auf eine Indizierung. Die kann nicht jeder stellen, sondern das ist eine bestimmte Gruppe. Wenn man in einem pädagogischen Beruf, in einer pädagogischen Einrichtung arbeitet, kann man zum Beispiel einen Antrag stellen. Und dann gibt es eben verschiedene Gremien und verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten, was damit passiert. Wenn ein Spiel indiziert wird, dann gibt es eben auch nochmal zwei Möglichkeiten. Es gibt Liste A und Liste B. Das eine heißt, dass das Ding tatsächlich eben nicht beworben werden darf. Und die andere ist tatsächlich eine Liste mit absolutem Verbreitungsverbot, wo man die Sachen dann teilweise nicht mal besitzen darf. Wie das genau funktioniert, kann man auch nochmal auf der Seite der BPJM, die ich unten verlinke, nachlesen. Wir haben allerdings bei dieser ganzen Fragestellung rund um Jugendschutz und Computerspielen immer wieder Diskussionen. Und aus pädagogischer Sicht sind es vor allem vier Aspekte, die wichtig sind, die eben nicht berücksichtigt werden und die auch schwer zu berücksichtigen sind teilweise. Also einfach zu berücksichtigen wäre meiner Meinung nach Glücksspielelemente. Das wurde auch viel diskutiert, verlinke ich auch nochmal hier unten. Was tatsächlich um sogenannte Lootboxen geht. Ist das Glücksspiel? Ist das nicht Glücksspiel? Sollte man solche Spiele verbieten? Da bräuchte es eben noch rechtlichen Regelungsbedarf, um tatsächlich zu sagen, Glücksspielelemente führen dann eben auch zu einer 18er-Freigabe von Spielen. Dann der Suchtaspekt. Es wird immer wieder gefordert zu sagen, wenn ein Spiel rauskommt, muss man in der Altersfreigabe doch auch berücksichtigen, ob das süchtig macht oder nicht. Das allerdings ist schwer, weil wie will ich das sagen, bevor das Spiel draußen ist? Habe ich da eine Spielergruppe, die ich da spielen lasse und dann gucke ich, ob sie irgendwie süchtig danach werden oder nicht? Es gibt natürlich ein paar Indikatoren, wo man sagt, die sind generell so, dass sie eine Abhängigkeit fördern oder begünstigen könnten. Aber da ist dieses ganze Themenfeld der Mediensucht ja eh sehr umstritten. Deswegen ist es schwierig, das irgendwie mit reinzunehmen. Genauso schwer, aber für mich eben auch wahnsinnig relevant aus Jugendschutzsicht, ist die Community eines Spiels. Also wenn wir von sogenannten Toxic Communities Communities reden, also von Communities, wo es normal ist, dass man irgendwie scheiße miteinander umgeht, dass man sich mobbt, dass Sexismus an der Tagesordnung ist. Das weiß ich aber vorher auch noch nicht, bevor das Spiel auf dem Markt ist, wie die Community funktioniert. Mit wem kann ich in Kontakt treten? Also man könnte vielleicht ein paar Sachen einschränken und mit hinzunehmen, dass man zum Beispiel sagt, bei Apps, die für Kinder geeignet sind, also 0 bis 6, darf keine Kontaktmöglichkeit von Fremden bestehen. Irgendetwas in diese Richtung wäre möglich, bei anderen Sachen ist es schon wieder ein bisschen schwerer. Und als letzten Punkt User Generated Content. Wir haben immer mehr Spiele, wo die Spieler selber Inhalte für das Spiel erstellen. Und wie das nun mal im Internet ist, hatten wir zum Beispiel bei Little Big Planet eigentlich ein sehr süßes Spiel für die Playstation mit so Stofffigürchen, konnte man eigene Hintergründe bauen und die mit anderen Nutzern teilen. Und natürlich sind wahnsinnig schnell Hintergründe entstanden, die einfach nur aus Penissen bestehen. Und hier ist die Frage, wie weit kann ich den User Generated Content in dieser Menge auch kontrollieren? Inwieweit kann ich sagen, ist das jetzt jugendschutztechnisch relevant? Und wie kann man eben zukünftig damit umgehen? Das sind noch Herausforderungen, die unser Jugendschutzsystem hier nicht gelöst hat, denen wir uns aber zukünftig irgendwann mal stellen werden müssen. Musik